Hallo Leute, willkommen zurück bei Magic 2013. Heute wollen wir Shanra mal ordentlich auf die Fresse geben, würde ich sagen. Und mit dieser Kartenhand hier könnte es doch etwas werden, oder? Die behalten wir auf jeden Fall. Ich spiele zuerst den Wald und weiter geht's. Wir haben einmal Kultivieren, wir haben den Göttervater hier auf der Hand, wir haben noch eine weitere Kreatur auf der Hand und wir haben hier vor allem diesen Zauberspruch, womit wir mega Damage rausrotzen können. So als kleinen Konter, falls sie mal wieder auf die Idee kommt, ebenfalls diese scheiß Zaubersprüche zu machen, dann sag ich mir einfach, ey Mädel, ich kann dat auch, nur mal so, ne, am Rande, ich kann es auch. Ähm, ja, wir können uns auf jeden Fall ziemlich schnell Mana von jeder Farbe holen, das heißt, vielleicht haben wir Glück und wir kriegen irgendwie nochmal so ein schönes Elementar auf die Hand oder so, dann hätten wir das jetzt schon in zwei Runden draußen. Okay, sie fängt wieder mal an hier mit irgendwelchen scheiß Viechern, um sich zu schmeißen. Also, ich weiß nicht, sie ist echt mega stark. Kann man nicht anders sagen. Also, ich ziehe meinen Hut vor dir, Chandra. Ähm, also sie hat schon ein ziemlich gutes Deck, das muss man einfach mal so sagen. Das scheint auch ziemlich geil aufeinander abgestimmt zu sein, so. Jetzt habe ich nicht ernsthaft vergessen, was ich jetzt für Länder hatte, oder? Ich hatte auf jeden Fall einen Wald, ein Gebirge und, oh, ich habe es echt vergessen. Was passiert, wenn ich jetzt Beenden drücke? Ich glaube, ich hatte eine Ebene, oder? Ja, also sprich, ich muss jetzt noch eine Dingens nehmen und eine Ebene. Kommt schon, lass es. Hoffen wir mal, dass es richtig war. Oh Mann, ey, jetzt bin ich schon wieder unachtsam geworden. Es ist übrigens der zweite Versuch nach der Aufnahme. Also, ich habe schon einmal noch wieder verkackt. Da hat sie mich auch ziemlich hart rangenommen, mal wieder. Jetzt spielt sie ein Amulett, wodurch ihre Mana-Kosten wieder gesenkt werden. So, jetzt bin ich gleich gespannt, ob ich alles richtig gemacht habe. Oh, sie hat noch so einen scheiß Fackel-Unhold. Okay. Da kann sie Artefakte mit zerstören. Das finde ich irgendwie ziemlich scheiße, muss ich ja mal sagen. Auch wenn wir eigentlich kaum Artefakte spielen, wenn man es mal so sieht, ist es auch nicht so wild. Gut, blocken ist nicht. Wir haben ja noch keine Kreatur draußen, aber das seht ihr ja selbst. Und ich weiß jetzt gerade nicht, natürlich habe ich es nicht richtig gemacht. Wir haben nämlich keinen Sumpf gehabt, aber ich habe nochmal das wuchernde Wachstum bekommen. Und damit holen wir uns dann einfach einen Sumpf, würde ich sagen. So, wir spielen meinetwegen die Ebene nochmal. Was kann das hier nochmal? Lege eine Kreatur in der Wahl? Nee. Ich hole mir erstmal eben schnell einen Sumpf. Grants, einen Sumpf. Denk dran, einen Sumpf brauchst du. So, damit haben wir jetzt sieben Länder draußen. In der nächsten Runde acht. Und ich hätte mir noch einen Wald holen sollen eigentlich, wegen dem Göttervater. Aber, ja. Nee, so weit habe ich nicht gedacht. So, was bringt sie jetzt wieder? Noch eine 2-2-Kreatur. Vielleicht ist es gleich mal an der Zeit, dass wir ihr zum ersten Mal auch sonst ein bisschen Schaden einfach reinhauen. Damit ihre Kreaturen alle down sind und uns dann den Weg sozusagen ebnen, dass wir unsererseits ein paar Angriffe starten können. Ich möchte jetzt auch nicht riskieren, dass wir zu wenig Lebensenergie haben. Jetzt haben wir sogar noch einen Wald bekommen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schaden. Und in der nächsten Runde hauen wir den Göttervater raus. So, also natürlich gehe ich hier aufs Maximum, damit sie auch ein bisschen Schaden bekommt. Und damit alle ihre Kreaturen down sind. So, sehr gut. Nächste Runde spielen wir unsererseits den Göttervater. Und dann können wir mal schauen, wie sie reagiert. Der Göttervater ist echt ziemlich nice. Da habe ich jetzt ja auch nochmal, glaube ich, herausgefunden, dass man sogar... Ist das ein Flieger? Natürlich nicht. Sehr schön. Habe ich ja auch noch herausgefunden gehabt, dass man den, soweit ich das jetzt verstanden habe, sogar angreifen lassen kann und dann immer noch tappen kann. Damit er diese 8-8er-Kreatur da zum Vorschein holt. So, also den spielen wir natürlich jetzt erstmal direkt. Ich hoffe, dass sie jetzt keine scheiß Zaubersprüche wieder wirkt. Momentan sieht es noch gut aus. Darf ich mit dem jetzt noch was machen? Nee, ne? Erst nächste Runde. Okay, hoffen wir mal, dass sie jetzt die Runde überlebt. Ey, nicht, dass die schon wieder mit irgendwelchen Zaubersprüchen ankommt. Weil wenn sie angreift, weiß ich nicht, ob ich blocken soll. Bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Die zaubert irgendwas. Was hat die jetzt schon wieder gezaubert? Ach, scheiße. Das macht mir jetzt immer jede Runde einen Schadenspunkt. Der scheiß Sumpf da. Äh, jo. Äh, ich wecke erstmal den Sumpf hier. Und dann würde ich sagen, holen wir uns das hier, oder? Ja, wir holen uns erstmal die Kreatur hier. So, eine 6-6er-Kreatur. Jetzt geht's weiter. Jetzt werde ich direkt mit dem Göttervater angreifen. Der wird nämlich nicht getappt durch die Wachsamkeit, die er hat. Sie wird wahrscheinlich nicht blocken, oder? Doch, sie blockt. Ah, ich kann mir auch schon denken, warum? Jetzt muss ich schneller sein als sie. Jetzt tappe ich den nämlich schnell, damit ich den Kreaturenstein noch kriege. Wahrscheinlich will sie den mit dem Zauber weghauen, oder? Ja, Mann, aber ich war schneller als du, du blöde Kuh. He, he, he. Ah, sehr schön. Haben wir immerhin noch die eine 8-8er-Kreatur jetzt hier. Und wenn der 6-6er angreift, dann kriegt er noch die Marken drauf, wenn sie jetzt keine fliegende Kreatur kriegt oder so. Die blocken kann. Ja, sauber. Okay, wir kriegen einen Schadenspunkt, kann ich aber mit leben. Und, oh Gott. Oh Gott, guckt euch den an. Wenn die jetzt wieder Kreaturen verliert, dann können wir aber richtig schön lachen. So, deswegen spielen wir den natürlich direkt und dann greifen wir auch mal an. So, und zwar hiermit. Das heißt, 14 Schadenspunkte in your face, Chandra. In your face. Zack, Eimer. Und zack. Ah, der kriegt leider keine Marken, weil ich habe nicht mehr genügend Länder. Egal, ist auch nicht weiter wild. Denn ich lehne mich mal aus dem Fenster. Wir haben sie eigentlich besiegt, oder? Sie hat nur noch zwei Lebenspunkte. Das sollte zu schaffen sein, wenn sie jetzt nicht... Ne, sie macht sogar gar nichts. Sie macht sogar gar nichts. Das passt mir dann natürlich richtig gut. Dann spielen wir das hier meinetwegen nochmal. Und, oh, ich kann sogar das hier nochmal. Was macht ihr das nochmal? Neuval neutralisieren. Ja, bringt mir jetzt auch nichts. Ja, doch, komm, ich könnte das Artefakt hier zerstören. Dann ärgert sie sich halt nochmal ein bisschen. Aber, Leute, wir haben sie jetzt besiegt. Ah, jetzt kriegen wir das ja auch noch. Stimmt, das geht nicht nur für Kreaturen, sondern für alle bleibende Karten. Ey, könnte ich sogar mit ihren Ländern machen. Das ist ja auch nice. Ja, okay, jetzt sind meine Sachen billiger, aber hilft mir jetzt auch nicht mehr weiter, denn, ihr seht's ja selbst, jetzt werden wir mal eben einen kleinen Angriff starten und dann ist sie mit minus 19 Punkten in Verzug und ist entsprechend dann K.O. So, Chandra war auf jeden Fall ein ziemlich harter Brocken. Das muss ich jetzt einfach mal an dieser Stelle sagen. Nach der letzten Aufnahme habe ich, wie gesagt, noch einen Versuch offscreen gemacht und der hier war jetzt sozusagen der zweite nach der Aufnahme. Also haben wir insgesamt, ich glaube, acht Versuche gebraucht oder so. Nicht schlecht. Wir können jetzt eigentlich zurück zur Kampagne gehen, würde ich sagen, und können uns dann beim nächsten Mal direkt um Nickel Bowlers kümmern, Leute. Dem legendären Drachen. Da bin ich mal gespannt, ob der jetzt mehr drauf hat, als beim letzten Mal. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn ihr mögt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.